Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Der Color Shaper ist eine Art Silikonspachtel. Er ist sehr weich und mit ihm lässt sich die Farbe sehr gut verteilen. Du hast keinen? Dann nehmt doch das kleine Teil aus der Küche. Ich starte gleich mit Weinrot, dann kommt ein Signalrot dazu. Ich arbeite hier hauptsächlich mit Rottönen, etwas Gelb und ein bisschen Schwarz und Weiss. Die Farbe nehme ich mit dem Color Shaper auf und platziere sie ganz vorsichtig auf dem Aquarellpapier. Die Farbe habe ich ziemlich dick aufgetragen. Jetzt fange ich an die Farben zu vermischen. Ich nehme dazu die Längskante vom Color Shaper oder nur die Ecke und vermische die Farben. Mit dem Werkzeug kann ich auch lange Linien ziehen oder ich kann die Farbe wieder wegnehmen. Jetzt kommt noch Weiss dazu. Das Weiss mische ich auch wieder ein bisschen mit den anderen Farben. Dann begradige ich noch den Rand und gebe noch etwas Gelb dazu. Mit dieser Technik hast du mit viel Spass schnell ein Bild gemalt. Wenn du Fragen zu dieser Technik hast, schreib mir in den Kommentaren. Ich beantworte deine Fragen gerne. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Abonnier doch meinen Kanal, dann hast du immer die neuesten Videos. Hier gibt es wie immer ein paar Fotos, zum Teil in Wohnbilder eingetragen. Und wenn du noch mehr Videos von meinem Kanal sehen willst, geht es hier weiter. Und tschüss!